Heute geht es um einen Bestseller, um ein Bestsellerbuch. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, heute möchte ich dir ein Bestseller vorstellen, ein Bestsellerbuch, das ich hier in der Hand halte. Ein goldenes Buch, und zwar ein Buch, ein Bestseller, das du auch schreiben kannst und auch schreiben solltest. Nämlich, es ist ein Buch, das dein persönliches Lebensbuch sein darf. Es ist ein Buch, das du dir anschaffen kannst mit freien Seiten. Hier sind einige Seiten schon beschriftet, aber zunächst mal mit freien Seiten. Und diesem Buch kannst du den Titel geben, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier richtig gut lesen kann. Mein grandioses, großartiges Leben. Und in dieses Buch schreibst du deine eigenen Bestseller-Kapitel, deine eigenen Themen rein. Und zwar stehen da bei mir jeden Tag, werden da Dinge niedergeschrieben, für die ich dankbar bin. Da kommen jeden Tag Aspekte rein, wie mein Leben denn, ja, nach meinem Herzen gestaltet werden kann. Da kommen jeden Tag Themen rein, in welchem Bereich ich heute besser werden kann als gestern. Und so ist das der persönliche Bestseller, denn jeder Tag liegt wie ein neues Geschenk vor uns, wie ein unbeschriebenes Blatt. Und es liegt immer an uns, an dir selbst, das Beste aus diesem Tag zu machen. Und wenn du parallel dazu dir morgens und abends ein paar Minuten nur Zeit nimmst, deinen eigenen Bestseller zu schreiben. Ich mach das schon seit Jahren. Jedes Mal, wenn ein Buch vollgeschrieben ist, kommt das nächste dran. Und diesmal hab ich sinnigerweise so ein schön gold-orangefarbenes Buch dazu entdeckt. Dann wirst du merken, wie sich langfristig dein Leben ganz enorm wandeln kann. Und wie du mehr und mehr dadurch tagtäglich, der Weg ist das Ziel, auch auf den Weg zu deinem Herzen geführt wirst. Ich wünsche es dir aus ganzem Herzen. Ganz lieben Dank für dein Interesse, für dein Dabeisein. Probier's aufs. Fang sofort auch heute noch an, dein Lebensbuch zu schreiben. Und ja, sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Amgat.